Sind Sie schon registriert? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Ein Mitglied, das gerade hier ist, hat mir gerade so zwischen zwei Sendungen ein paar Zahlen um die Ohren gehauen, wo ich gesagt habe, es ist ja unfassbar, darüber müssen wir eigentlich auch eine Sendung machen. Er ist Diabetologe, kennt sich darin umfassbar gut aus, hat über 400 klinischen Studien mitgewirkt als Arzt und er ist auch Chemiker und kennt Ansätze und Zusammenhänge von Diabetes. Da wurde es mir jetzt ganz schwindelig, weil ich so vieles Neues gelernt habe. Diese Sendung wird uns sicherlich auch ein bisschen die Augen öffnen und deshalb bitte ich Sie, bleiben Sie dran. Nach dem Intro legen wir los. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich meinen Gast auch zeigen, das ist ein Prof. Dr. Dr. Andreas Pützner. Herzlich willkommen. Ja, nehmen wir eins, zwei, drei Zahlen mal da, was du mir gerade gesagt hast. Also die eine ist, durchschnittlich mit 52 entwickelt ein Mensch Diabetes. Ja, das ist jetzt nicht so richtig. Man kann Diabetes, speziell den Typ 2 Diabetes eigentlich während seines ganzen Lebens entwickeln. Ja, ja, klar. Aber so die klassische Karriere ist eigentlich, dass die Patienten dann so im späteren Lebensalter, deswegen hieß er früher ja auch mal Altersdiabetes, auch wenn das gar nicht stimmt. Ja, also man kann ihn zu jedem, man kann ihn auch als Säugling schon bekommen, was zwar selten ist, aber es passiert, ja. Aber so Mitte 50, wenn man dann so ein bisschen gesetzt ist, wenn man so die, wie man so schön sagt, die Peak-Bone-Maß über sich gebracht hat, also eigentlich jetzt schon sich in einem Lebensalter bewegt, das von der Natur für uns Menschen gar nicht so original vorgesehen war. Ja, wie wir früher uns gesund ernährt haben und gejagt haben, sind wir in der Steinzeit 30 geworden ungefähr. Ja, ja, jetzt sind wir da so mit 50 im gesättigten Berufsleben, ja, man fängt dann so an, auch schon so den Bierbauch sich anzulegen, man macht weniger Sport etc., etc. Deswegen ist das eigentlich so ein typisches Manifestationsalter, so zu Beginn des 50., 55. Lebensjahres, auch wenn es später sein kann. Also ich habe selber zum Beispiel auch Typ 2 Diabetes, bei mir ist er jetzt mit 63 Jahren zum ersten Mal aufgetreten. Aber lassen wir die Zahlen mal so stehen, die andere Zahl ist, dass man um circa Durchschnitt der 14 Jahre nach so einer Diabetes-Diagnose so langsam dem Lebensende zukommt. Ja, also vielleicht sollte ich das präzisieren. Nach der aktuellen Statistik sieht es so aus, dass man beginnt ja dann die Therapie nach den klassischen Therapieverfahren mit erstmal Lebensstilveränderungen, dann kommt Metformin dazu, dann wird, wenn das Metformin nicht mehr in der Lage ist, ausreichend den Blutzucker zu senken, kommen halt weitere Medikamente dazu. Man kriegt dann Medikamentenkombinationen, die mehr oder weniger sinnvoll sind. Und ganz am Ende wird üblicherweise dann Insulin eingesetzt, wenn also sozusagen alle anderen Methoden nicht mehr funktionieren. Das ist ultra schade, dass das so ist, weil Insulin hat ein unglaubliches Potenzial, wenn es früh eingesetzt wird, wirklich substanziell dazu beizutragen, um die Krankheit zu kontrollieren, sodass es vielleicht später auch gar nicht mal zu Spätschäden kommt. Aber sei es drum. Wir nehmen mal das als gegeben an, was wir gerade haben. Jetzt muss man wissen, ich hatte das ja mal schon in einer anderen Sendung erwähnt, es gibt Insulinrezeptoren am Blutgefäß. Und in diesen Rezeptoren ist Insulin eigentlich dafür zuständig, dass es dafür sorgt, dass die Gefäßwände geschützt werden vor Entwicklungen, die zur Atheosklerose führen, vor oxidativem Stress nach der Mahlzeit und solchen Dingen, da hat Insulin eine Schutzfunktion. Nur leider, wenn man es so spät einsetzt, wie es halt nach unseren Leitlinien eingesetzt wird, wenn die Patienten schon Insulinresistenz haben, eben auch am Gefäß, dann haben wir die katastrophale Situation, dass durch das Insulin über den gleichen Rezeptor, der normalerweise schützend wirken soll, wirkt Insulin das genaue Gegenteil. Es ist nämlich Atherogen. Es sorgt dafür, dass die Entzündung vorangetragen wird. Also um es mal zusammenzufassen, Insulin ist ein ambivalentes Hormon. Wenn man es rechtzeitig einsetzt, mit der richtigen Kinetik, mit der richtigen Habe, dann schützt es. Wenn man es falsch einsetzt, viel zu spät, im Rahmen der Insulinresistenz, auch noch mit viel zu hohen Dosen, dann ist es tatsächlich Atherogen. Ich habe mich früher gegen diese Weisheit gewehrt, weil ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Aber ich habe mittlerweile gelernt durch die ganzen Studien, doch, dem ist so. Insulin ist ambivalent. Das kann positiv, das kann aber auch negativ sein. So, wenn wir davon ausgehen, dass wir im Schnitt oder im Mittel nach circa zwölf Jahren Diabetes-Karriere bei unseren Patienten die Notwendigkeit der Insulin-Therapie sehen, kann man sich auch gut vorstellen, dass dann eben auch nach 14, 15 Jahren eigentlich der plötzliche Herztod naht und es auch geschieht in der Regel dann leider. Die überwiegende Mehrheit unserer Typ-2-Patienten verstirbt ja an einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall oder einem anderen makrovaskulären Ereignis. Aber jetzt haben wir auch verstanden, warum. Das war ja bisher gar nicht so richtig auf dem Schirm, oder? Ja, also man kann versuchen, das Insulin dazu zu bringen, eventuell doch wieder positiv zu wirken durch andere therapeutische Maßnahmen, zum Beispiel durch Kombinationen mit einem Insulin-Sensitizer, damit es einfach diese andere Wirkung hat. Aber wir haben selber Studien gemacht, wo wir gemessen haben, was passiert denn, wenn wir Insulin so spät geben und ist das, was da rauskommt oder was jetzt das Insulin bewirkt, ist das noch eine Schutzwirkung oder eben eine schädigende Wirkung? Und das Ergebnis war leider, nein, es ist eine schädigende Wirkung. Das testen aber viele gar nicht mehr, oder? Nein, das wird nicht getestet. Wir haben ja die Situation, dass Diabetes landläufig nur über den Blutzucker definiert wird, nur über den Blutzucker auch behandelt wird und dass man ja glaubt, wenn man den HbA1c-Wert, diesen Langzeit-Blutzucker-Wert, wenn man den nur in den Normbereich bringt, dann ist alles in Ordnung. Also wenn ich jetzt ganz böse sage, kann ich sagen, dass mein Insulin, was ich verordnet kriege, mich auch umbringen kann. Rein theoretisch kann man das so sehen. Vielleicht in zwölf Jahren, weil ich allergisch, also allergisch-entzündlich reagiere in meinen Arterien. Die Makrophagen, das Cholesterin dorthin beragen, also Reparatur. Es wird immer enger und mein Herz kriegt einen Schlaganfall oder einen Herz. Das kann theoretisch irgendwann passieren. Was wir ja zum Beispiel auch wissen, ist, dass die Zeit des Anflutens des Insulins spielt eine große Rolle bezüglich seiner Auswirkungen auf die Gefäße, weswegen man ja zurzeit nach immer schnelleren Insulinen sucht. Und man hat ja diese schnellen, kurzwirkenden Analog-Insuline unter anderem auch deswegen entwickelt, weil eben diese schnellen Konzentrationsveränderungen, ähnlich wie bei der Pulsatilität der Bauchspeicheldrüse, schon dafür sorgen, dass die Insulinrezeptoren in der Peripherie ein bisschen senslieber gehalten werden können. Das macht sogar schon das schnelle Anfluten bei einem kurzwirksamen Analog-Insulin aus. Und ich glaube, hier gibt es zahlreiche Mechanismen, die auch ultra komplex sind, um sie zu verstehen. Aber es ist einfach eine Tatsache, wenn ich die Therapie über diesen Eskalationsweg fahre, irgendwann beim Insulin gelandet bin, dann habe ich einfach ein großes Risiko, dass ich eben die nächsten Jahre nicht mehr überleben werde. Und wichtig ist, glaube ich, auch, dass wir verstehen müssen, dass Diabetes eben doch ein ganz individuelles Krankheitsbild ist, was man aus meiner Sicht unklugerweise nicht mit einer Therapie von der Stange behandeln sollte. Aber das wird einfach die Zukunft zeigen. Das heißt, Diabetes auf der Stange ist falsch, sondern es ist immer ein individueller Behandlungsplan für jeden Menschen mit der Diabetes leben sollte. Das wäre zumindest mein Vorschlag. Und so praktizieren wir das auch bei uns in der Praxis, dass wir jeden phänotypisieren. Also wir gucken, was für ein Diabetes-Typ liegt denn hier überhaupt eigentlich vor? Und was wäre denn, bezogen auf diesen Diabetes-Typ, eigentlich die optimalste Therapie? Und ich glaube, das kann man leisten. Das ist machbar. Es erfordert ein bisschen mehr als das, was wir ohnehin schon machen. nämlich die Bestimmung von noch ein paar mehr Biomarkern, damit man diese Phänotypisierung durchführen kann. Und ich glaube, dass man dann eine viel höhere Lebenserwartung erreichen kann und vor allem auch ein Altern, das weniger von Spätschäden gezeichnet ist. Also keine Vegetation, ein Vegetieren ins Alter hinein, sondern ein Mitkomfort. Eine gewisse Würde kann man dadurch erhalten. Ja, meine, deine Ergebnisse in deiner Praxis sind ja beeindruckend, deine Forschungsergebnisse ebenso. Und du hast ja dieses Thema ja schon in Diskussionen eingebracht, bei Krankenkassen und bei Politikern. Was ist denn so ein bisschen das Echo da? Naja, das Echo ist, dass die das eigentlich verstehen und auch für ziemlich gut halten, dass man sowas machen kann. Gleichzeitig haben die natürlich und müssen ja natürlich auch die ganzen sozialmedizinischen und auch durchaus finanziellen Aspekte im Hintergrund behalten. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, ja? Wenn ein Patient Mitte 50 seinen Diabetes entwickelt und dann vielleicht 12 bis 14 Jahre damit dann lebt und dann an einem plötzlichen Herztod verstirbt, dann hat er ja eigentlich für die Rentenversicherungskasse ein ziemlich positives Ergebnis produziert. Er hat nämlich bis zu seinem 65. oder 67. Lebensjahr in die Rentenkasse eingezahlt und hat aber dann kaum noch Renten bezogen. Und ich sage mal, ich will jetzt nicht sagen, dass das wäre auch Fall über das Willen, dass das ein Grund ist, warum man solche Ideen nicht aufgreift und sofort umsetzt. Aber selbstverständlich muss man auch diese Aspekte berücksichtigen. Ich habe meine Therapien ja auch den Patienten vorgestellt in unserem Land. Also in Deutschland gibt es ja Patientenselbsthilfegruppen. Ich habe gezeigt, was wir machen, welche Ergebnisse wir haben und da war auch zum Beispiel das Echo der Patienten. Das ist ja wunderbar, aber dann werden wir ja alle viel älter und dann können, das muss ja irgendwie finanziert werden und das würde ja in unserem Fall dann auch bedeuten, dass die Lebensarbeitszeit zwanghaft verlängert wird, weil nur so können wir dieses ganze Gesundheitssystem überhaupt finanzieren, was ja auch stimmt. Ist das so? Das ist ein Dilemma, in dem wir uns bewegen. Ist das wirklich so? Wenn ich denke, dass ein Mensch dann irgendwie 20 Jahre lang in einer Krankheitssüche drinnen ist und vielleicht noch bettlägerig oder reden wir von Chemotherapie und Strahlungsmedizin, was Hunderttausende von Euros verschlingt und auf der anderen Seite hätte ich die Chance, einen Menschen gesund zu machen. Das ist vielleicht übertrieben, aber ich kann zumindest substanziell sein. Was ist jetzt bitte, was rettet das Gesundheitswesen jetzt bitte? Das ist ein ethisches Dilemma, in dem wir uns da befinden. Ich kann nur sagen, dass auf den Einzelfall bezogen, das ist ja auch meine Erfahrung in meiner Praxis, ist das kein Thema. Jeder, der zu mir kommt, der möchte das haben und der kriegt das auch. Wir reden ja jetzt hier von einer flächendeckenden Einführung, Einführung, wo man jetzt tatsächlich eigentlich in eine Diskussion mit der Politik wieder eintreten müsste, nachdem wir ja, ich meine, ich habe das schon vor 15, 16 Jahren, habe ich dieses Konzept schon einigen unserer Gesundheitsminister damals vorgestellt. Damals war man noch sehr zögerlich, ja mittlerweile, es gibt ja auch keine Studien dazu, die Pharmaindustrie hat ja kein Interesse an den Arbeiten, die wir machen, da wir ja eigentlich nur etablierte und eigentlich auch preiswerte Medikamente einsetzen für diese Therapien, dass eben doch jetzt vielleicht mal nach weiteren 15 Jahren haben wir ja auch entsprechende Erfahrungen und entsprechende Patientendaten, die wir zeigen können, ja, wo man eben auch sieht, dass auch wenn die Studien, die randomisierten klinischen Studien auf die ADMS abfallen, weil obwohl die fehlen, sieht man doch, dass es funktioniert, ja, und vielleicht wäre jetzt auch wieder der Zeitpunkt gekommen, wo man sich wieder mal mit den Kostenträgern zusammensetzt oder mit den Politikern zusammensetzt und mal überlegt, ob es nicht vielleicht doch sinnhaft wäre und wenn es nur ein Pilotversuch ist, dass man es einfach mal ausprobiert in einer Region, ob man hier nicht substanziell die Lebensqualität der Menschen verbessern kann und vielleicht finden sich dann auch Wege, dass man das Ganze finanziert bekommt. Ja, ich bin kein Politiker, ich will auch keiner werden, um Gottes Willen, es wäre nicht gut für Deutschland, wenn ich das werden würde, doch es wäre gut, wenn ich es in einem anderen Land machen würde, nein, habe ich nicht gesagt, aber ja, vielleicht ist ein Umdenken doch mal wieder angesagt. Wir wissen einfach, es funktioniert und eigentlich heißt es ja in der Medizin neben allen Beweisen durch die klinische Forschung und die Studien, viel pragmatischer, wer heilt hat recht, also wer erfolgreich ist, der kann auch letztendlich sich durchsetzen, aber was nicht WHO-konform ist, wird immer mehr auch der Zensur zum Opfer fallen, das hat selbst YouTube und Facebook gesagt, ich kann das durchaus auch nachvollziehen, weil sehr viel Miss natürlich auch veröffentlicht wird und Patienten diesbezüglich auch in eine falsche oder fehlgeleitete Behandlung reinrutschen, aber ich denke auch, dass wir innerhalb von der versierten Erfahrungsmedizin heraus umfassbar vieles Wissen haben, was einfach nicht an die Öffentlichkeit raufkommt, weil hier oben einfach kein Interesse ist, weil es nicht patentierbar ist, gewisse Sachen und auch dann diesbezüglich niemandem Interesse hat, Geld auszugeben, um ein Marketing voranzutreiben, dass jeder Arzt das weiß. Leider, deshalb gehört es doch in die Universitätsschulen. Ja, theoretisch schon. Wir haben ja hier auch die Situation, der Einzige oder der, der wirklich Interesse daran hat, in den Genuss solcher Therapien zu kommen, ist ja der Betroffene selber. Und auch hier haben wir aber trotzdem in der Bevölkerung die Grundhaltung, naja, ich zahle mein Leben lang in die Kasse ein und jetzt soll die das gefälligst auch für mich tragen und weil die das nicht trägt, mache ich die Therapie nicht. Ja, es ist auch nicht die richtige Denke, weil letztendlich, was hat denn der Patient davon für sich, ja, wenn die Kasse Geld spart, ja, oder weil er eine Therapie nicht macht, die ihm wirklich helfen könnte, ja, aber aus falscher Loyalität heraus, das ist vielleicht eine typisch deutsche Eigenschaft, sagt, naja, wenn es die Kasse nicht zahlt, dann mache ich das nicht, ja. Ich verstehe Sie irgendwie auch, weil ich zahle ein Leben lang in einer Kasse ein und da brauche ich irgendwann mal was und den zahlt sie nicht, oder? Ja, wir brauchen, wir bräuchten eigentlich so Modelle, ich habe das auch jetzt schon ein paar Mal probiert, mit den Kassen zu verhandeln, aber es ist unsagbar schwer, ja, dass man sagt, naja, pass auf, dem Patienten wird es ja schon helfen, wenn er eine Zuzahlung bekäme, der ist ja bereit, die Kosten zu tragen, zumindest partiell, weil er für sich diese Therapie haben möchte, die halt nicht jedem zugänglich ist zur Zeit, ja, aber selbst da versperren die sich ja total und das ist halt das, was schade ist, also hier ist es eigentlich angesagt, dass man mal ein bisschen auch die Kostenträger dazu bringt, über den Tellerrand hinauszugucken und eben jetzt nicht einfach nur mit dem Argument, naja, es ist nicht in den Leitlinien, es ist nicht in der WHO-Liste, ja, also ist es nichts, ja, das ist ja leider so, deswegen muss es nicht erstattet werden, so ungefähr, ja, man muss sich auch mal überlegen, was es denn notwendig ist, damit überhaupt irgendetwas in so eine Leitlinie oder in eine WHO-Liste kommt, ja, das erlebe ich ja gar nicht mehr, ich würde gar nicht lang genug leben, um das, was ich jetzt mache, durch sogenannte evidenzbasierte Studien zu beweisen, ja, da würde ich gar nicht lang genug leben, dann könnte ich es auch nicht machen, ja, und man muss sich auch klar machen, dass ein Riesenproblem ist es auch, dass evidenzbasierte Medizin, darunter verstehen die wissenschaftlichen Kollegen und auch Laien mittlerweile leider, es muss durch randomisierte klinische Studien belegt sein, am besten noch gegen Scheinmedikamente, ja, prospektiv, dass man es vorher nicht wusste, was kriegt wer und so weiter, doppelblind, ja, nur das ist Evidenzklasse 1, also die beste überhaupt. Das stimmt nicht, das mag sein, dass das für die Bewertung von klinischen Studien so ist, aber der Erfinder der evidenzbasierten Medizin, der hatte mal einen ganz anderen Ansatz, ja, der hat nämlich gesagt, ich als Arzt, ich muss mich natürlich im Rahmen der bestätigten Wissenschaft bewegen und sollte mich auch und schön, wenn das, was ich mache, durch entsprechende klinische Studien auch tatsächlich unterfüttert, untermauert und wissenschaftlich belegt ist, ja, gleichzeitig ist aber die zweite, mindestens genauso wichtige Komponente, meine persönliche Erfahrung als Therapeut, meine Ergebnisse, die ich in meiner Praxis produziert habe, ja, die hat eigentlich zumindest für den praktizierenden Therapeuten die gleiche Wertigkeit, ja, und am Ende des Tages ist es auch vor allem der Patient im Wille, der Patient muss mitmachen, der muss aderent sein, nur dann wird aus dem Ganzen eine Erfolgsgeschichte. Ich will es mal an einem ganz praktischen Beispiel klar machen, ja, die evidenzbasierte Medizin und ich nehme mal ganz bewusst eine ganz andere Disziplin, wir nehmen mal die Chirurgie und wir nehmen mal die Chirurgie einer Blinddarmentzündung. Wir haben mittlerweile genug Daten, die belegen, dass man am besten und komplikationsärmsten einen Blinddarm rausnimmt, bevor es zu einer Perforation kommt, mit einer Knopflochchchirurgie, ja, man macht ein kleines Loch, man bohrt sich da durch, findet den aus, schneidet ihn ab, näht ihn zu, zieht ihn raus. Das ist evidenzbasiert das beste, erfolgreichste und risikoärmste Vorgehen, um eine Blinddarmentzündung chirurgisch erfolgreich zu behandeln. Super gut, wenn man da einen Chirurgen hat, der weiß, wie es geht. Jetzt stellen wir uns mal vor, ja, dass ich in der Wüste bin und mein Kompagnon, mit dem ich unterwegs bin, kriegt eine Blinddarmentzündung, ja, ich glaube, dass der in dieser Situation eine höhere Überlebenschance hätte, auch wenn ich kein Versiertes Chirurg bin, ich habe zumindest als PJler schon nochmal bei Blinddarmentop ist daneben gestanden, habe Haken gehalten und durfte wieder zunehmen, also mit meinem Erfahrungshintergrund als Therapeut, würde dem das überhaupt nichts nützen, wenn wir ein Laparoskop dabei hätten und ich müsste das jetzt bedienen und könnte eben da evidenzbasiert mit der Nebenwirkungsärmsten Methode den Blinddarm rausnehmen, ja, warum? Weil ich es nicht kann, ja, und dann würde ich es auch nicht tun, ich würde zum Taschenmesser greifen, wenn ich eins habe, und würde versuchen, ihm das Ding auszuholen, ja, und ich könnte der versierteste Laparoskopeur sein, ich könnte das beste und tollste Instrument zur Verfügung haben, ich wäre nicht erfolgreich, wenn der Patient in dem Moment, wo ich den Schnitt ansetzen möchte, schreiend wegläuft, ja, das heißt, die drei Komponenten Wissenschaft, ärztliches Vermögen und Patienten, Motivation und Patientenwille, die müssen zusammenkommen und das ist das Grundprinzip der evidenzbasierten Medizin, nur leider wird das von der Wissenschaft für sich geklebt, nur noch auf randomisierte klinische Studien abgemünzt, möglichst mit Hunderttausenden von Patienten, wenn man das macht, dann macht man am Ende nur noch eine komplett innovationsverarmte Medizin, weil man muss ja erstmal 30 Jahre Studien machen, um zu belegen, dass das, was man da macht, wirklich die Menschheit weiterbringt. Also man muss sich darüber im Klaren sein, so gut evidenzbasiert ist als grundsätzliches, als Strukturdenken für die Entscheidung zu Therapien, ja, heißt das nicht, dass das der erfolgversprechendste Weg ist. Ja, das ist ein Weg, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, unter dem sich alle versammeln können und allen wohl und niemand wehe, ja, aber das heißt nicht, dass das das erfolgreichste Modell ist, um etwas zu behandeln, ja, und wenn sie dann, wenn du dann natürlich als einzelner Mensch hingehst und sagst, ey, ich habe da eine Methode gefunden, die funktioniert irgendwie auch und die funktioniert gar nicht schlecht, dann wird man in der Wissenschaft, Feiert, sondern Ausgebot. Es gibt ein sehr schönes, ein Spruch, das ist eine Kombination von Sätzen von Max Planck und Laoc, ja, die haben mal zusammen etwas sinngemäß Folgendes gesagt und Max Planck hat es dann öffentlich gemacht, er hat gesagt, wenn man als Wissenschaftler eine bahnbrechende neue Idee hat oder man hat was gefunden durch Zufall, was irgendwie funktioniert, dann darf man nicht erwarten, dass man jetzt einfach mal vor die Menge hintritt, ja, man gibt seine Weisheiten preis, man erklärt alles, man gibt es mal als Denkanstoß in die Runde, da darf man nicht erwarten, dass die Menge der Zuhörer, die Audienz, die ja aus ihrem Denkstilhintergrund kommt, den sie hat, dass die jetzt plötzlich erleuchtet durch die Weisheit dieses spektakulären Vortragsauftrittes, ja, sich hingerissen fühlt, das versteht und sagt, boah, ja, das ist es, das setzen wir jetzt um. Das wird niemals passieren, sondern in der Wissenschaft und speziell in der Medizin ist es einfach so, dass man seine Ideen, seine Vorstellungen, seine Ergebnisse immer und immer wieder vortragen muss, so dass immer mehr Menschen zu ihnen sozusagen sie kennen, ja, und dann muss man warten, bis die Opponenten, die man so hat, bis die so langsam aussterben, ja, und wenn dann eine neue Generation zum Beispiel von Ärzten heranwächst, die das, was man selber gemacht hat oder was man selber macht erfolgreich, jetzt schon kennen und teilweise auch selber anwenden, dann kommt der Moment, wo das, was man selber vor 20, vor 30 Jahren als Idee hatte und wo man sieht, es funktioniert, dann wird das irgendwann akzeptiert. Aber es gibt noch eine dritte Variante. Erzähl. Und das ist einfach, dass eine Eminenz entscheidet, dass es so ist, alternativlos, da braucht es keine Doppelblindstudie, nichts randomisiertes, nicht Doppelblinds, wir brauchen nicht mal Nebenwirkungsbeschreibungen und alles kommt, weil die Eminenz hat entschieden und es wird von der übernommen, ohne irgendein wäre es genau gut. Das ist eminenzbasierte Medizin, das Problem ist nur, wir haben keine Eminenzen mehr in der Diabetologie, das war früher mal so, wir hatten früher mal so ein paar Halbgötter in Weiß, das waren die C4-Professoren in der Diabetologie damals noch, da gab es drei oder vier Stück zu meiner Zeit, wie ich Assistenzatzt war, die haben vorgegeben, wie es läuft, ob das ein Herr Berger in Düsseldorf war, ein Herr Menard in München war, die haben einfach vorgegeben, was passiert und das waren so die Meinungsbildner, die auch generell das alles bestimmt haben. Aber in Diabetes müsstest du ja eigentlich du das sein, oder? Nein, nach Gottes Willen, nein, 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 das ist nicht so, das ist nicht so, sondern wir versuchen einfach nur unsere Wissenschaft oder unsere Erfahrung in praktikable Therapien umzusetzen und ich kann, was ich mache, das mache ich auch immer bei meinen Vorträgen oder bei meinen Vorstellungen, ich lade meine Kollegen ein, probiert es doch einfach mal aus, ihr vergebt euch nichts, ja, probiert es aus und wenn ihr merkt, es funktioniert, dann habt ihr doch zumindest eine Möglichkeit, wie ihr eure Liebsten behandeln müsst oder behandeln könnt, wenn die mal Diabetes haben, also wenn ich meine Kollegen frage, das mache ich ganz oft in meinen Vorträgen, sag mal, wenn jetzt deine Mutter Diabetes entwickelt, würdest du die gemäß den Leitlinien in der deutschen Diabetes-Gesellschaft zum Beispiel behandeln? Nicht, da kommt ganz oft, ne, mache ich nicht. Bei den Onkologen übrigens auch, keine Onkologen. dass die sagen, nein, ich weiß ja, dass das nur so eine Verwaltung des Blutzuckers ist und ich denke, davon müssen wir wegkommen, wir müssen wegkommen, wir müssen mehr pragmatische Ansätze haben und wir dürfen gerade in diesem Bereich nicht so dogmatisch sein. Ich sage ja auch nicht, dass mein Weg der einzig seligmachende ist, es hat nur... Aber dein Weg führt dazu, dass der Patient die Chance hat, keine Spätfolgenerkrankungen zu haben oder sogar wegzukommen. Er hat zumindest... Er hat die Chancen, ob es tatsächlich passiert, kann ich ja gar nicht beweisen, weil ich lebe ja gar nicht lang genug, ja, um das dann entsprechend dokumentiert festzuhalten. Das muss dann meine Nachfolger machen, dass die dann schauen, ja, wie geht es denn den Patienten, die der Pützner da behandelt hat, wie viele von denen haben denn wir Spätschäden entwickelt und wie ist es bei einem, ich sage mal, Hans Müller der Fall, ja, der das nicht gemacht hat, wie sieht es bei dem aus? Das werde ich nicht erleben, das werden wir alle nicht erleben. Das ist aber auch nicht schlimm, ja. Ich meine, es kommt noch ein anderer Faktor dazu und ich glaube, das ist auch das beste Schlusswort, weil auch meine Ideen können noch so toll sein, ja, weil der Patient steht ja eigentlich im Mittelpunkt und nicht meine Idee und das Arzt sein und das Eminenz sein, sondern der Patient steht im Mittelpunkt. Der muss es wollen und wenn der will, dann macht er das auch, ja. Und da muss ich sagen, gibt es dann ja auch Patienten, die freuen sich, dass sie so tolle Therapien kriegen und machen gerade so weiter, als ob nichts passiert wäre und deswegen habe ich so einen Satz, mit dem ich normalerweise auch meine Vorlesung beende, Medizin wäre eine Wissenschaft, wenn es den Patienten nicht gäbe. weil die ja doch am Ende des Tages das machen, was sie wollen und weißt du was, das ist ja auch richtig so, ja, weil der Arztberuf fokussiert sich ja nicht um den Arzt, sondern er sollte sich um den Patienten fokussieren und das, da haben manche meiner Kollegen leider Schwierigkeiten. Das habe ich aufgeschrieben als Zitat, du hast gesagt, das wäre der Schlusssatz, ich fand den ja auch gut, man sollte jetzt auch enden, weil alles, was ich jetzt noch auslasse, ist ein bisschen böse, aber ich habe gerade wieder gelesen, jetzt gibt es ja einen Impfstoff gegen Krebs, alles ohne Doppelblind, nichts randomisiert, keine Studien, die Eminenz hat entschieden, dass es so ist, ist alles zugelassen in dem Bereich, wie sieht es bei Diabetes aus, gibt es schon einen Impfstoff gegen Diabetes? Also es gibt Entwicklungen, dass man diesen Autoimmundiabetes versucht durch Antikörpertherapien zum Beispiel zu verhindern, also vor allem ihn auch effizient zu behandeln, dass möglichst viel Beta-Zellmasse erhalten bleibt, die Studien gibt es schon, wir sind so weit, dass wir eine erste zugelassene Therapie haben, in dem Fall, ja in Amerika ist sie zugelassen, bei uns noch nicht, wir arbeiten natürlich an Beta-Zell-Transplantationsansätzen, dass man halt, wenn der Mensch selber die Zellen nicht mehr hat, dass man ihm welche zuführt, entweder alles, alles läuft alles, ja es alles dauert, aber es läuft aber schon länger, also das sind leider Sachen, die Zeit brauchen, wo wir mittlerweile ziemlich viel Fortschritt machen, ist tatsächlich beim Einsatz künstlicher Intelligenz, auch im Rahmen der Diabetologie und hier speziell bei der Entwicklung von technologischen Ansätzen, ja, Technologieansätzen, die Diabetes-Technologie ist in den letzten Jahren unglaublich angewachsen, ja, angespornt durch Entwicklung von Nanotechnologien, künstlicher Intelligenz und so weiter und ich glaube, da können speziell die Typ-1-Patienten in einer mittelfristigen Zukunft einiges an neuen Lösungsvorschlägen erwarten, ja, die eben über den Nadelsensor und die Insulinpumpe hinausgehen, Stichwort, künstliches Pankreas, ja, irgendwann mal implantierbare Organe, die das alles selber regeln, ich glaube, das ist nicht mehr in einer fernen Zukunft, das können wir sicherlich mittelfristig schon erwarten und das ist ja auch nur ein Lösungsansatz. Hört sich ja alles super an, aber es ist immer noch letztendlich eine Reparaturmedizin und noch nicht eine ursachenbezogene Medizin, oder? Ja, dafür verstehen wir immer noch zu wenig zu dieser häufigsten Krankheit, die wir neben der Depression weltweit haben. Danke ganz herzlich. Sehr gerne. Prof. Dr. Andreas Pützner war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und wenn Sie mehr wissen möchten, mehr erfahren müssen, mehr Know-how haben müssen, wissen wollen in Bezug auf Diabetes, dann gehen Sie doch einfach bitte mal auf die Plattform, wo der Herr Pützner aufgebaut hat, wo ganz vieles darüber auch informiert ist, welche Möglichkeiten das bestehen, hier einen ganz anderen Ansatz zu machen, als nur den Blutzucker anzuschauen. Denn letztendlich ist einfach dieser eine Weg, der uns so häufig geschildert wird, letztendlich auch dafür verantwortlich, dass ganz viele Folgeerkrankungen sich auslösen können und das kann man behandeln frühzeitig oder eben schauen, dass es gar nicht so weit kommt. Zumindest in vielen, vielen Fällen ist das gut gelungen und das ist einfach der Ansatz, den wir Ihnen heute noch in dieser Sendung gerne vermitteln wollten. Informieren Sie sich und seien Sie nicht einfach zufrieden damit, Ernährung umzustellen und nur den Blutzucker zu regeln. Danke ganz herzlich fürs Zusehen, alles Gute, bis ein anderes Mal und wieder UFO Auf Wiedersehen.